Hallo Leute, das ist jetzt bei Minecraft Together Folge 31 wieder. Einfach machen wir gleich weiter damit. Ich ahne, Christine. Ich hoffe, ich ahne. Geh da raus. Es ist falsch so. Ich will angeschubst werden. Jetzt geht raus. So ist falsch. Geh da mal weg. Was ist falsch? Ja, du machst es voll falsch. Hä? Oh, bitte. Ah, ich weiß schon, was du machen willst. Du machst so eine, so eine, ah, so eine, so eine... Willst du immer hin und her fahren? Nein, mach ich eben nicht. Nein, die Schaltung ist hier im Kreis gelegt. Nein, mach ich nicht. Alter. Ah, warte kurz. So. Jetzt weiter. Was ist das? Das ist doch scheiße. Na, ist gut. Äh, wir reden gar nicht. Was? So. Ähm, wir haben jetzt vier, fünf, sechs, sieben, acht. Dann machen wir das Ding. Ey, fahr nicht mit dem Kart, gell? Hm. Hör doch auf. Wedel gerügt doch einen Knopf. Wenn ich auf den Knopf drücke, fährt sie los oder was? Ja. Echt jetzt? Ja. Echt jetzt? Hör auf. Ich lasse dich überfahren. Miau. Echt cool. Super. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, eins. Hey, kann ich jetzt nicht nochmal zeigen? Ich habe das Ausdruck, dann fährt es los. Ich habe es los. Nein. Rose. Ich hoffe, hier geht es zur Sieglau. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ja, 13 Wolle Stücke. Nein. Ähm, so, zwei, drei, vier. Pascal, red du mal ein bisschen. Ich muss jetzt hier hin. Ja, ich muss reden. So, warte, wir haben 13 Wolle Stücke. Ja, wir nehmen gerade auf. Hm. Ich muss jetzt gleich lauern, ob wir aufnehmen. Du wißt, sie muss sich konzentrieren, deswegen muss ich jetzt labern. Ach, Girstin, du machst das so, dass es immer so eine Kurve wird, oder? Nein. Dann geht es zurück, die Bahn, mal wieder hin. Nein, das wollte ich jetzt nicht machen. Ich wollte zwei Wege machen. Ja, eben. Das ist so eine Kurve, dass die Bahn immer wieder fährt. Nein, weil das ist kacke, weil da musst du manchmal warten, manchmal nicht. Ja, eben, das ist genauso wie mit der U-Bahn. Oh, nein, das ist doof. Da machen wir jetzt zwei Waggons, die immer kommen. Jetzt komm doch rüber mit dem Waggon. Ja, okay, was, kurz? Ich muss schnell da hinten hin. Ja, ich habe ja den Kompass. Oh, scheiße, warte, warte, warte. Ähm, ich muss da reinsteigen und da muss ich den Knopf drücken, aber ich komme nicht am Knopf dran. Ja. Komm, drück den Knopf. Ist doch voll einfach. Du musst einfach Knopf drücken, einsteigen. Oh. Sie ist aber schon drin. Ich bin bereit. Ja. 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 Du hast mir Spaß. Ja. 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 Wenn die Goldenen keine Power kriegen, kann man die nicht, dann fahren die nicht. Cool. Das war praktisch. Ich weiß, dass es, ähm, so Bremsschiene wird das dann. Ich weiß gar nicht, was bringen denn die Detector Rail? Keine Ahnung, das sind auch Bremsschienen, aber die sind irgendwie voll unnötig. Ja. Warte mal. Wenn ihr wisst, was die Detector Rail genau bringen, dann kannst du dir gleich mal in die Kommentare schreiben. Oder uns ein Video schicken, wo mein, wo wie ein kleines Troll, gar ein Quatsch, das kann man uns selber anschauen. Detector Rail ist ein Vorrages. Let's play Detector Rail. Ja. Let's play it. Die Bahn. Okay, was macht ihr das? Nicht die Bahn, das Bahn. Warte, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, fünf, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Der Gerät. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, sieben, acht. So, hey, du mal ein bisschen mehr. Okay, okay. Ich gebe der Bahn gerade einen Namen. Ah, ich überleg mich, oder? Äh, warte kurz. Ah, warte, 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 warte. Schild ist weg. So ist gut. Ja, so ist gut. Nee, 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 nee. Hm, hm. So. Und hier kommt die Bahn. Also, guck, du musst es so machen. Hey. Was? Du bist so ein Idiot. Jetzt hast du mich zurückgeschubst, jetzt bin ich wieder hier oben. Was? Drück den Knopf. Okay, warte kurz. Äh, so. Schau mal da oben. Äh, ist zu spät. Scheiße. Das steht da hinten nochmal. Ich kann mich einholen, ich kann mich noch einholen. Oh, jetzt nicht mehr. Fahr zurück, du scheiß Teil. Okay, da oben. Ich weiß, dass ich zurückfahre. Ja, aber über dem Kopf steht etwas. Da. Das Bahn. Oh, das Bahn. So ist das. Ich gebe heute Mittag gleich mal den süßen Deutsch bei Aldi kaufen. Ja, würde ich auch sagen. Hm, die haben einen. Nein. Fahr, mein Gerhard. Nein. Nein. Scheiße. Egal. Wir holen uns noch einen. Nein. Okay, gut. Jetzt kommst du zurück, du bist so platt gefahren. Oh fuck, jetzt kommst du zurück. Nein, ich muss noch einen fangen. Ich muss eins einfangen und... Ah. Ah, ja, gut. Die Spitzhacke nehmen, die Spitzhacke, dann geht es in einen Schlag. Ja, ich weiß, kein Bock jetzt, die Spitzhacke zu nehmen. Gut. Ja, das war schon was? Ja, das muss noch ein bisschen runter hier. Gut. Nein. Nein. Gut. Nein. Nein. Ich muss hier reinfangen. Was? Wie viele Scheiße? Was machst du hier für eine Scheiße? Ich weiß es nicht. Ja, genau. Du hast keinen Plan. So, hör mal kurz auf. Nein. Ja, gut. So, na. Lass es so, lass es. So. Ja. Uh. Wenn ihr Stress habt, dann der Bahn, das Bahn natürlich. Aber wenn ihr mal Druck habt, ihr müsst zur Arbeit, dann gebt ihr einfach in das Bahn. Ja, wir müssen noch Bürogebäude machen. Wir müssen noch McDonalds fahren. Uh. Das Bahn, das ist so schnell. Und ausdecken. Oh, dann fährt es auch gleich wieder zurück. Na, kommt ihr ganz gemütlich zum McDonalds gehen. Jetzt ist kein, kein keine Grenzen. Ich hab vergessen, den Timer zu stellen. Ich wusste es. Ich mach jetzt nochmal sieben Minuten. Sieben Minuten, bist du dir sicher? Ja, okay. Sechs. X Minuten, bist du dir sicher? Na, schmack. Ich geh gerne auf. So, ich fahr weiter. Eine Minute, bist du dir sicher? Ich komm ja lieber auf. Nein. Äh, was machen wir jetzt? Die scheiß Fackel. Ja, ich weiß, aber sonst... Haken wir doch lieber Lampen in den Boden, Mann. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. So, in die Ecken, hier. Ops. Okay. Also, meinst du so? Warte, ich muss mir noch ein bisschen Lappen nehmen. So, sie nochmal. Ich mach Löcher. Ja. So, in die Ecken. Nicht da vorne. Oh, da macht er wieder Senzen. Oh, da macht er wieder Senzen. Ich hasse es. So, so. Die, ich hab' komplett... Oh ja, ich muss mir mal... So... Weißt du noch, Raffi, als unser Täter in seiner Schule irgendwie, sie mussten einen Berg aus dem Olympik auf... Ja, Raffi, die Schule mich von deiner Intelligenz bedroht. Nein, wir müssten einen Berg aus der, aus Ding, wovon nochmal nennen. Ja, was mit Skype? Ähm, ja, Crazy Max, ähm, Max hätten wir auch getacken, ich komm nicht wieder, Leute. Ähm, ähm, toll. Weg, jetzt ist er weg, jetzt haben wir ihn verloren. Egal. Ähm, wo er doch gesagt hat, Berg von wem? Hä? Wovon ein Berg? Ach so, äh, Gebirgskette, ne Quatsch. Ne. Ein Berg in Griechenland. Genau, und dann einer Motto-Hon. 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 Und eine Gebirgskette in der Schweiz. Olymp. So geil. Motto-Hon. Ein Berg in Griechenland. Ne. Gebirgskette in Griechenland. Wo lügend und... Ach, kein Plan, egal. Ja, er hat halt beide verwechselt. Ja, ich weiß. Also nicht er, nicht Raffi, sondern Raffi. Ja, ich weiß. Ich bin kompetenter Schöne. Oh, oh. So, jetzt schauen wir mal. Time. Night. Ey, ich muss mir einen loskaufen. Äh, äh. Lottery pie. Lottery pie. Lottery pie. Lottery pie. Ach, ich hab kein Gold. Ich brauch Gold. Ach, ich auch. Hier, tun wir unseren kleinen Golfvorrat in unserer Kiste. Lottery pie. Just for one ticket. Wuuuh. Wie lange der noch? Mal schauen, wie lange noch ist. Lottery. 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 49 Minuten. Dann ist's ausgelost. Mach mal Schweine auf der Brücke. Ist das denn vollbeamten? Oder was? Hier, kriegst die Spitze auf den Arsch. Ja. Mach's jetzt nicht halber. Ja, hast du. Ja. So, was brauchen wir jetzt? Was? Ich würd sagen, wir machen mal einen Shop weiter, oder? Ja, nee, komm hier. McDonalds. Nein, kein McDonalds. Und da können wir übrigens noch nicht, weil dann noch das schwule Tor ist. Restaurant. 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 Okay. Hier, hier, nicht hier. Mach einen Biergarten, Mann. Hä? Biergarten. Was für ein Ding? Biergarten. Okay, ja, aber das ist hier ein bisschen, das ist die heilige Garten. Nein, nein, das passt perfekt. Die Mönche bringen dann das Bier her. Die Mönche aus der Kirche da. Oktoberfest. 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 Ja, ich mein, ähm. Ja, doch. Oh, da ist noch ein Schwein. Das ist ein Schwein mit Sattel. Was? Oh ja, wir zeigen uns mal, was wir gestern die ganze Zeit gemacht haben. Warte, ich find' an. Ja, nehm ich hoch. Warte, warte. Das war so geil, einfach nur. Ah, ich reite weg. Ja, ja, ich komm ja schon hinterher. Das ist scheiß fein. So, Schwein. Komm hoch. Uh. Hör, hör, hör. Ok, warte, das Schwein darf man nicht so ausrasten. Ok, jetzt ist der Haken, jetzt zieh ich dich mal ins Wasser. Oh nein, das war zu. Ja, nach bestimmten Weiten geht die Angel ab. Ja, ich weiß. Wenn's zu weit weg ist. Hey, komm, bleib stehen. Dadurch sind wir dann auf die Hühner gekommen. Ja, und dann haben wir sie abgeschossen. Oh, wir haben sie erst ange.. also irgendwer hat sie mit der Angel angezogen, dann hat er sie hochgezogen und dann irgendwer, irgendwer musste sie abschießen. Oh, ist tot. Warte, ich zieh dich mal hoch. Ich muss mir eine Angel nehmen. Ja, mach mal ein Schweinchen. Ok, mach du mal. Nein, mach du hoch. Ah, oh Gott, ich muss mir erst mal eine Angel nehmen. Ich muss mir erst mal einen Sattel nehmen. Ok, ich mach mal Schweine. Wo bist du? Eins aber nur, ne? Komm mal mit. Ja, komm mal mit, wo eine freie Fläche ist. Oh no, oh no. Oh, Deo. Ey. Ich kann was abgelaufen. Wir zeigen es euch nur schnell. Komm, warte. Oh, Deo. Schnell baldig. Oh, Deo. Oh, miau. Hey, warte, warte, bleib schließen. Nein, der Teimer ist abgelaufen. Wir sagen tschau Leute und doch wiedersehen.